Alter! Da hinten kommt die Feuerwehr, die wird das schon regeln. Alter, wie er hier durchdreht! Weißt du was, hier! Nein! Aber ja, einmal wir sind erschossen. Aber heilige Scheiße, war das geil! Im Glück ist die Feuerwehr da! Warst du das, oder war das auf die Kette? Ich mach gar nichts! Oh, jetzt brennt der hier auch. Verdammt! Oh, oh! Sein Wagen! Cool guys, don't look at explosions! Hast du mich überfahren, oder war das ein Bot? Oh, das war ein Bot, ne? Ja! Ja! Der eine! Ja! Der da jetzt erschossen wird! Oder die! Der ist eilig! Der ist eilig! Was zur Hölle? Ist ja schon ganz heiß, der war! Ja, das Feuerwehr-Auto besteigt! Ja! Police Brutality! Systematische Ausrottung, was sie bedeutet! Sagt der Teufel! Die Ärzte haben immer komische Wiederbelebungsmaßnahmen hier! Ja! Herzmassage! Alter! Die haben einfach zu wenig zu tun! Die brauchen mehr Mannplatz! Der Wagen rollt! Der Lkw rollt! Der Lkw rollt! Der Lkw rollt! Guck mal! Woher hat den Bullen getroffen? Die sehen, dass du das bist! Der Lkw rollt! Die Garnatische Tricks will seinen Namen! Nö, 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 nö! Schleif der Ausgleich aus! Aber ich weiß gar nicht, ob ich Sterne habe, weil ich das hat ausgestellt habe! Aber ich würde sagen... Der macht mal ein bisschen Erkippen! Panate fliegt! Oh, 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 oh! Das ist voll krass! Wenn du hier rumläufst! Oh! Oh, 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 oh! Alter, was ist denn hier so? Was ist denn hier los? Hier funkt es voll! Fire in the house! Oh, 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 oh! Ich weiß nicht, wo die die... Ich spawner! Und der E.D. leuchtet mich direkt an. Wir sind hier hautnah bei den Wulden mit dabei! Wen werden sie heute unnötig erschießen? Mich. Alter, was machst du gerade? Holy Schmoly! Ich hab gar nichts gemacht, ich hab ne Taschenlampe gezückt. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Holy Schmoly! Alter, was ist denn hier los? Was zur Hölle? Wär ich nicht rückwärts gegangen, hätte mich so ein fliegender LKW erwischt. Was ist denn? Ja... Da sollte man irgendetwas finden.